Was erwartet ihr morgen? Ist es schwer? Ja, natürlich wird es schwer. Wir haben hier eine sehr gute Mannschaft. Ich versuche es jetzt gegenwälsend. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Wie habt ihr euch jetzt vorbereitet? Wir haben eine sehr gute Städte vor hinter uns. Ich denke, wir sind ganz gut vorbereitet. Noch eine Frage, die bei Twitter und Facebook gestellt wurde. Mit welcher Musik bereitet ihr euch vor auf das Spiel? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ein bisschen Spanisch, ein bisschen Rock. Eigentlich ist es auch ein bisschen Spaß.